Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bildbesprechung mit mir, Frank Fischer von der Föhrfotoschule. Wir haben uns wieder fünf Fotos von euch vorgenommen, haben diese wie gehabt besprochen und ich sage es hier gleich am Anfang des Videos nochmal, wir freuen uns immer, wenn ihr uns weitere Fotos zusendet an bildbesprechung at ff-fotoschule.de. Ihr müsst dann damit einverstanden sein, dass wir diese Fotos hier im Rahmen der Bildbesprechung zeigen und veröffentlichen und gleichzeitig solltet ihr in jedem Fall die Rechte an den Fotos haben. Und jetzt steigen wir direkt ein. Und schon geht es los mit dem ersten Foto. Ihr seht es schon, aber ich habe noch drei Worte zu sagen. Als erstes ist es mal wieder Zeit für einen Gruß an die Bio. So, Bio, ich habe hier was zu trinken. Kann also nicht schief gehen. Ich werde mich nicht anhören, als wäre ich verdurstet. Ja, Guido, für dich gilt es auch. Ich hoffe, du siehst es auch. Ich warte immer noch auf Fotos, die du hier einsendest und verstehe nicht, warum nicht. Da kannst du dich ja mal gern zu äußern. Das nächste ist, ich habe mir vor diesem Video, also vor der Aufnahme, noch mal per Google Street View die Frauenkirche in Dresden angesehen. Sollte also, aus welchen Gründen auch immer, heute mal wieder ein Foto der Frauenkirche in Dresden dabei sein. Und ihr habt nicht nur einen Stein fotografiert oder eine verschwommene Spiegelung der Frauenkirche in der Pfütze. Dann denke ich, werde ich sie heute erkennen und dazu auch Stellung nehmen können zu dem Foto. Jetzt kommen wir zum ersten richtigen Bild hier. Das Bild ist von Jürgen Eggers. Jürgen, vielen Dank für deine Einsendung. Ich glaube, wir sehen das erste Foto von dir, ohne es ganz genau zu wissen. Wir sehen ein Fachwerkhaus mit einem alten, benutzten, angesparkten, verrosteten, rottenden und leicht effekten Fenster. Ja, und dann sehen wir ein bisschen Fachwerk drumherum. Auch nicht die allerschönste restaurierte Fachwerkfassade, die ich jemals gesehen habe. Technisch konnte man nicht viel falsch machen. Also ich würde dich gerne dafür loben, aber auf der anderen Seite ist es relativ einfach, dieses Bild zu fotografieren. Weil wir haben eine Fassade, die relativ hell ist und gleichzeitig etwa eine gleich große Fläche, die relativ dunkel ist. Ich spreche also von der ehemals mal weiß gestrichenen Fassade und dem Gebälk und dem Fenster als dunkle Bereiche. Das heißt, die Belichtungsautomatik der Kamera wird immer irgendwie ein gutes belichtetes Foto daraus machen. Und schärfemäßig kann man hier quasi auch nicht daneben liegen, denn es ist relativ plan gegen die Fassade fotografiert. Warum sollte da irgendwo etwas schärfeseitig nicht passen? Relativ plan sage ich deswegen, weil es ist eben nicht genau plan. Die, die die anderen Folgen der Bildbesprechung gesehen haben, die wissen, dass, wenn ihr versucht etwas symmetrisch zu fotografieren, dann entweder richtig symmetrisch oder eben nicht symmetrisch. Dieses hier ist so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt, denn es ist beinahe symmetrisch, aber nämlich ganz symmetrisch. Das sehen wir zum einen an den Parallelen des Fachwerks zum Bildrand oben und unten. Aber gleichzeitig seht ihr auch ganz deutlich, dass der Bereich neben dem Fenster rechts und links vom Fenster nicht gleich groß ist. Und das ist eben sehr schade, weil so ein Bild eben davon lebt, dass es wirklich richtig symmetrisch ist. Darüber hinaus gibt mir selber das Motiv auch nicht so richtig viel. Also die Story ist begrenzt, finde ich. Wenn wir jetzt nur das Fenster mit dem Fachwerkrahmen sehen würden und nicht diesen vergammelten Putz nach rechts und links, wo die Klinke auch schon hinter vorgucken, dann würde es mir vielleicht noch etwas mehr sagen, zumal es so aussieht, als sei die eine Scheibe dort kaputt gebrochen. Aber dann wäre der Fokus mehr auf dem Fenster. So guckt da niemand raus, es passiert auch sonst drumrum nichts und das ist eben so ein bisschen schief, diagonal aufgenommen. Nicht richtig sauber und gerade hinterher ausgerichtet. Keine gute Idee, finde ich. Hätte man viel besser machen können. Und solltest du dringend dran üben. Ansonsten bin ich ein großer Freund von Details, aber dann geh einfach dichter ran. Das ist ein großer Fehler von vielen Fotografen, gerade im Hobbybereich. Ihr steht immer sehr weit weg, weil ihr glaubt, hinterher könnt ihr ja noch was beschneiden. Natürlich kann man das tun, aber in diesem Fall würde ich mir wünschen, dass wir zwei Drittel des Bildes wegschneiden. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn so viel Pixel verloren gehen. Insofern, eine der Lösungen ist nah ran. Und in diesem Fall hätte ich von dem Fenster mit dem Fachwerkrahmen drumrum ein Hochformat angefertigt und das genommen. Ja, Julian Rodewald, du wirst hier so ein bisschen zum Stammengast. Ich bin allerdings nicht sicher, wie viele Bilder wir jetzt noch von ihr haben. Ich glaube nicht mehr so wahnsinnig viele. Ich habe das Bild extra noch mal hier reingenommen. Ihr seht es wieder. Ich habe einen Bereich ausgemerzt aus dem Foto, weil das, was dort zu sehen ist, ist der beleuchtete Eiffelturm. Wer die Folge nicht gesehen hat, in der das schon mal Thema war, die Lichtillumination des Eiffelturms bei Nacht ist ein Kunstwerk, so ähnlich wie damals der verhüllte Reichstag von Christo und das fotografieren und dann veröffentlichen ist verboten. Ihr könnt euch mal vorstellen, dass da der Eiffelturm steht und ich möchte es absichtlich zu dieser Draufsicht auf Paris, wo er ja sehr klein im Bild war, nochmal zeigen, weil ich das ein wesentlich besseres Foto finde. Es ist zum einen besser von der Aufnahmesituation, es ist nämlich nicht ganz so dunkel. Es ist auch schon ganz spät, blaue Stunde und hätte viel eher aufgenommen werden können. Es ist ein schönes Panoramaformat und er steht an einer sehr guten Stelle. Hier spiegeln wir eine doofe Idee, weil viele kennen diese Location, das heißt, das kann man da nicht spiegeln. Er würde auf der anderen Seite noch besser stehen, zumindest bildgestalterisch, aber das ist so schon okay. Also er steht an einer guten Stelle im Bild, nämlich auf der dritten Linie. Ich finde das Grün dort von den beleuchteten Bäumen und dem Treiben am Ufer sehr schön. Jetzt kommt das Aber. Ich finde, dass die Sane unglaublich überschärft aussieht. Und wenn wir mal beide ganz ehrlich sind, Julian, dann ist sie das auch. Sie ist wahnsinnig scharf. Ich zoome euch hier auch mal rein ins Bild. Und jetzt gehen wir ein bisschen nach oben Richtung Brücke und da sehen wir, dass es wahnsinnig weich ist. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, ich habe das hier schon mal aufgeöffnet, die EXIF-Daten, dass wir eine 40. Sekunde haben bei einer Kleinbild-Äquivalenten Brennweite von etwa 46 Millimetern. Das heißt, die Faustregel aus der Hand fotografieren geht mit 1 durch Brennweite, ist schon leicht unterschritten. Jetzt kommt das Erstaunliche. Das Bild ist mit ISO 6400 aufgenommen. Viele eurer Kameras können das jetzt wahrscheinlich gar nicht und die, die das können, da würdet ihr wahrscheinlich sagen, ey, damit kann man kein ordentliches Foto machen. Das Pfeil kommt aus einer Nikon D600. Dafür sieht besonders der Himmel doch noch relativ gut aus, auch wenn es sicherlich irgendwie in der Software nachbearbeitet ist. Ansonsten wären nicht so die Strukturen an diesen Brückenpfeilern verloren gegangen. Da sieht man erstmal, was möglich ist. Und wenn ich dann das Gejammere höre, so etwas wie ein Hersteller, der so klingt, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, bringt eine Kamera auf den Markt, die 50 Megapixel hat und die kann dann nur ISO 6400. Und es gibt einen riesen Buhai im Netz von denjenigen, die sagen, oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt, brauche viel höhere ISO-Werte. Ey, liebe Leute da draußen. Wer mal analog fotografiert hat und weiß, wie es war, mit einem Asa 400 Film zu arbeiten und den dann in der Belichtung noch zu pushen auf 800, der weiß, wie begrenzt die Möglichkeiten trotz lichtstarker Objektive zu analogen Zeiten waren. Und trotzdem sind wahnsinnig gute Fotos entstanden. Viele haben viel bessere Fotos gemacht, als viele von euch, die im Moment die Möglichkeit haben, ISO 51000 zu benutzen. Da gab es viele, die haben mit diesem analogen, eingeschränkten Equipment viel besser fotografiert als ihr. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, weil die eben nicht immer nur der neuesten Kamera hinterher gelaufen sind und permanent nur geguckt haben, wie kann ich jetzt hier noch 43 Euro mehr pro Film ausgeben, damit mein Foto besser wird. Sondern ich habe mich immer auf das Fotografieren konzentriert. Fotografieren hat was mit Sehen zu tun, mit Bildgestalten. Dafür sind diese Videos ja auch gedacht und dafür sind sie auch wichtig. Und deswegen empfehle ich euch auch dringend, sich diese eben regelmäßig anzugucken. Hier wollte ich nur sagen, 6400, dafür wirklich gut. Und Julian konnte aus der Hand ein Foto machen. Mehr als erstaunliche Sache bei diesen doch insgesamt sehr schlechten Lichtverhältnissen. Und jetzt bitte keine Fotos mit beleuchteten Eiffelturm bei Nacht mir einsenden, weil ihr seht, wir können das Motiv dann gemeinsam nie sehen. Matthias Gerd hat ein Foto geschickt. Ja, Matze, wir sehen uns ja nächste Woche auf Mallorca. Und es ist tatsächlich ein reiner Zufall, dass dein Foto jetzt heute hier nur mit reingepurzelt ist. Ich hoffe mal nicht, dass du die Reise noch stornierst. Ach, er geht ja auch gar nicht mehr. Wir haben ja Flüge und Hotels schon gebucht. Aber es wird dich jetzt nochmal so ein bisschen hart treffen. Wir werden nächste Woche an solchen Dingen nochmal gemeinsam arbeiten. Aus einem relativ einfachen Grund. Wir sehen drei Kühe, Kinderspielzeug, Plastikkühe und sehen einen Holzstuhl, der mit einem Kuhmusterstoff an den Polstern, sowohl an der Rückenlehne als auch am Sitzpolster bezogen ist. Das ist erstmal das, was wir sehen. Wer das nicht gesehen hat, nicht schlimm. Aber das sehen wir hier ganz offensichtlich. Ja, und den Fokus in die Mitte des Bildes zu setzen, wenn der Rest relativ offenblendig mit Bokeh fotografiert, das ist oftmals keine gute Idee, weil das sieht so aus, als wärst du nicht in der Lage gewesen, bewusst an einer anderen Stelle zu fokussieren. Und ich gehe davon aus, dass du das könntest. Und das ist ein bisschen doof, denn die mittlere Kuh ist von vorne bis hinten scharf. Sie steht auch sehr seitlich, deswegen ist das ein Tick einfacher. Aber die von uns aus gesehen linke Kuh ist am Hinterteil scharf und vorne, also scharf gestellt, fokussiert. Und vorne am Kopf unscharf und die andere Kuh, für die gilt quasi was ähnliches. Also die ist so ein bisschen an den hinteren Beinen, die von der Kamera weg sind, scharf gestellt. Aber am Kopf eben leider auch nicht. So, also das sieht aus wie eine Fokussierschwäche oder ich bin ein Automatikknipser und nehme immer den Fokuspunkt in der Mitte. Das ist nicht so richtig gut. Dann stehen die Kühe, finde ich, nicht besonders schön zueinander. Aber mein Hauptkritikpunkt an der ganzen Nummer ist die Rückenlehne des Stuhls. Also das Objektiv, was du da benutzt hast, macht ein relativ schönes Bokeh. Das ist schön kreisrund und auch sehr schön weich. Ähm, es ist so Richtung Rand, so ein bisschen, ja, ellipsen, äh, förmig. Das ist aber okay. Es macht eine sehr schöne weichen Hintergrund. Ähm, das gefällt mir gut. Aber ich möchte die Lehne gar nicht sehen, weil so erkenne ich, dass es ein Stuhl ist. Stell dir mal vor, der Hintergrund wäre rein schwarz. Also du hättest einfach von der anderen Seite fotografiert, zwischen Rückenlehne und Sitzpolster hindurch mit dem Kameraobjektiv. Und jetzt im Hintergrund wäre der dunkle Hintergrund, der jetzt auch dahinter ist. Also den Stuhl einfach mal um 180 Grad gedreht. Und die Kühe dann entsprechend neu positioniert. Dann wird das viel geiler aussehen. Weil dann hätte ich gar nicht auf den ersten Blick erkannt, dass es sich um einen Stuhl handelt. Und vielleicht mancher von denen, die hier zusehen, äh, erst auf den zweiten Blick, nachdem ich es ihnen gesagt habe. Ähm, und dann könnten die Kühe mehr zueinander stehen. Also nicht so wie drei einzelne Kühe, die da einfach mal so hingestellt worden sind, lieblos. Sondern mit irgendeiner Bildgeschichte. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber so ist die Konstellation der Kühe, finde ich, nicht so hundertprozentig ideal. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die mittlere Kuh weiter nach links gestellt ist. So, dass sie im Prinzip zu derjenigen, die gerade frisst, gehört, auf die aufpasst und guckt, worum kommt die andere jetzt. Also, ihr wisst, ich bin so ein bisschen Märchenonkel. Aber da würde ich mir ein bisschen mehr Story wünschen. Wird mir besser gefallen. Ja, aber ich bin gespannt, was da noch an Fotos von dir kommt und freue mich auf nächste Woche mit dir auf Mallorca. Nächstes Bild Monika Schütze. Liebe Monika, ich weiß, was wir sehen. Und du weißt, dass ich weiß, was wir sehen. Wir sehen eine Dame auf einem spanischen Markt. Das war nämlich auf Lanzarote. Ähm, das Bild hat dein immer wieder bekanntes Problemchen. Ähm, du hältst die Kamera natürlich tendenziell immer nicht so hundertprozentig gerade. Hier hast du sie jetzt sogar einigermaßen gerade gehalten, aber du standst nicht mittig davor. Also, dass du einigermaßen gerade fotografiert hast, sieht man sehr gut an dem Übergang des dunklen Türrahmens zu der weißen Wand, weil der steht sehr senkrecht im Foto. Und das ist die Bildmitte. Da ist es relativ senkrecht. Aber nach außen kippt das Ganze eben so ein bisschen. Und unten die Tischkante, für die gilt das auch. Es wäre halt so ein halber Schritt von vielleicht 10, 15 Zentimetern nach rechts notwendig gewesen, um das Ganze ein bisschen gerade auszurichten und dann vielleicht auch ein bisschen runter zu gehen. Mir ist aber auch klar, warum das nicht getan hast, weil dann die Flaschen vor der Frau gestanden hätten. Hätte auch nicht besonders schön ausgesehen. Insgesamt sieht es auf ihrem Tisch unglaublich unaufgeräumt aus. Also, der eine oder andere wird sagen, okay, die verkauft da was. Das ist doch schön rei und glied geordnet. Finde ich auch. Aber ich finde, das sieht gar nicht einladend aus. Also, erstens, das, was ich hier im Vordergrund sehe, sieht aus wie industriell gefertigte Marmeladen oder Pasten. Und da frage ich mich, warum verkauft man die auf dem Markt. Da würde ich mir was Selbstgemachtes wünschen und dann erwarte ich nicht solche professionellen Etiketten. Und ja, dann finde ich es auch sehr zugestellt, sehr kunterbunt. Und da hinten die Chips an der Wand, die mögen zwar Umsatz bringen und damit Leute anlocken, aber die so richtig passend sind zu dem Rest. Vielleicht schon, wenn es denn in China abgefüllte Marmeladen sind, die hier auf dem spanischen Markt als selbstgemacht verkauft werden. Aber ansonsten finde ich das unpassend. Ich habe mir das in Schwarz-Weiß gewünscht, weil dann hätten wir dieses ganze kunterbunte Durcheinander gar nicht. Sondern dann würde man sich einfach auf das Motiv konzentrieren. Auch dann wäre das Bild nicht so ganz einfach, muss man dazu sagen. Weil es immer noch die Bildaufbauschwächen gibt und so ein bisschen Schärfeproblemen gibt es auch, Monika. Das hast du aber mit Sicherheit gesehen. Also, ich weiß nicht, ob die sich bewegt hat. Ich kann bei deinem Bild auch wieder die EXIF-Daten nicht sehen. Für euch im Video hier ist es noch ein Ticken unschärfer, weil Monika das Bild sehr klein eingereicht hat. Mit nur einer 1280er Pixelbreite. Und wenn wir das hier in Full HD ausstrahlen, müssen wir das natürlich auch noch ein bisschen aufziehen. Aber insgesamt kann ich euch sagen, auch in meiner Auflösung ist es so ein kleines bisschen unscharf. Nichts, was man nicht durch Nachschärfen noch hätte retten können. Aber es könnte insgesamt ein bisschen schärfer sein. Ich würde auch auf den Raum rechts der Flaschen verzichten und da enger schneiden. Ja, aber gegen die Schiffstüten oben, man kann ja immer noch nichts machen. Da ragt die eine immer noch ins Bild so oben in der Bildecke. Da müsste man dann stempeln oder eben das Bild nochmal neu machen. Ja, es scheint kalt gewesen zu sein. Warmer Tee oder warmer Kaffee notwendig. Und so war es ja auch. Jetzt haben wir hier ein Foto von Werner Lukasiewicz. Werner, wenn man dich nicht so ausspricht, ruf mich an oder schick mir eine Mail. Aber am besten würdest du mich wohl anrufen. Ich würde dich nämlich gerne ordentlich aussprechen. Insbesondere, weil ich glaube, du hast noch mehr Bilder geschickt. Und ansonsten wirst du ja vielleicht noch welche schicken. Also ich glaube, Lukasiewicz, würde ich ja denken. Ja, Werner, vielen Dank fürs Einsenden. Was wir sehen ist, hier kann ich wieder nur vermuten, aber ich weiß nicht, wo sonst noch so Häuser, so Pfahlbauten stehen. Wir sehen das wahrscheinlich wieder in St. Peter. Also St. Peter-Ording. Ein bisschen außerhalb der Saison irgendwie, weil hier mittig im Bild so ein paar Dinge stehen, wo irgendwas im Sommer passiert, Surfbretter drauf sind, Liegestühle oder ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich war lange nicht in St. Peter. Ist hoffentlich nicht ganz so schön wie mit der Dresdner Frauenkirche, wenn man jetzt nicht weiß, was da wirklich Phase ist. Aber ja, es hat auch ein sehr schönes Format, ein schönes Panorama-Format, das gefällt mir. Es ist offenbar auch kein beschnittenes Foto aus einem Bild, weil ich kann hier in den Exif-Daten nicht mehr wahnsinnig viel erkennen. Aber es sieht so aus, als hättest du es vielleicht sogar gestitcht. Das würde mich freuen, wenn du ein richtiges Panorama erzeugt hättest. Und wir sehen, dass es schwarz-weiß ist. Wir sehen dann das, was ich bei Landschaftsaufnahmen gut finde. Wir sehen, dass die Schärfe von vorne bis hinten reicht. So zum Horizont scheint sie so ein kleines bisschen abzunehmen. Das, vermute ich allerdings, liegt nicht an der Schärfentiefe, sondern vielmehr daran, dass es nach hinten dunstig ist. Ich finde diesen monotonen Himmel sehr schön. Der hat eine richtig schöne, geile Färbung mit einem leichten Verlauf von hell nach dunkel, von links nach rechts. Ich finde, der Sand vorne hätte ein bisschen gehakt sein können. Also nochmal mit dem Rechen drüber gehen. Nein, Scherz beiseite, der ist halt so, wie er ist. Aber in der Tat ist der ein kleines bisschen unruhig. Da könntest du über diesen Sand zum Beispiel nochmal rüber gehen mit dem Klarheitsregler. Die Klarheit ein bisschen rausnehmen, dann wird es ein bisschen weicher und fällt nicht ganz so stark auf. Und es gibt im Prinzip nicht viel, was mich stört an diesem ganzen Gedöns und an dem Bild. Aber das ganze Bild würde noch viel ruhiger wirken, wenn so ein paar Dinge beseitigt werden. Und zwar zum einen die Schilder, die ich hier sehe. Hier ist ja irgendwas angeschlagen. Da ist einmal ein Hunde-Verboten-Schild. Und dann sind hier noch zwei weitere Schilder an dem ganzen Holz. Und hier weiter rechts im Foto. Da steht zwischen diesen einzelnen Fählen noch irgendwas, was ich nicht genau erkennen kann. Auch das stört mich so ein kleines bisschen, weil ich da immer wieder hingucken muss. Aber ich finde insgesamt ein wirklich schönes, ruhiges und auch beruhigendes Landschaftsfoto. Und ich freue mich auf weitere Fotos von dir. Schön, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und was mitnehmen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video, macht uns Anmerkungen, wenn ihr irgendwas anderes haben wollt. Wir freuen uns auf jegliches Feedback und wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.